Du schaust aus wie ein Pirat. Was ist gestern passiert? Ich sehe jetzt wie Jack Sparrow. Es war ein schwieriges Spiel. Ich bekam ein paar Hände in dem Spiel. Meine Augen sind jetzt geschlossen. Ich bekam etwa 8 Stichs. Es war wirklich schlecht. Es war wirklich offen. Ich war wirklich unglücklich. Ich wollte wirklich spielen und die Team helfen. Ich mache die Fans glücklich. Aber das ist das Leben. Ich bin wirklich schade, dass ich das Spiel in 30 Minuten ging. Wie fühlst du jetzt? Ich fühle mich gut. Gestern war ich ein bisschen Angst. Ich hatte ein Herz. Aber heute fühle ich gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich in meinen Augen. Aber es wird besser und besser sein. Ich hoffe so. Der Doktor sagt, dass alles gut ist. Ich bin glücklich. Ich kann nicht warten, bis ich zurück auf dem Spiel. Bis zum nächsten Mal.